So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir werden heute .USD in Dollar anschauen. Die Frage ist hier, es ist ein relativ neu gelistetes Unternehmen, also war jetzt vor zwei Monaten gar nicht in irgendwelchen Listen aufgetaucht. Also das heißt, die Firma kann natürlich existent sein, aber in diesen Marktkapitalisierung und in diesen Listen, wo halt Bitcoin und so weiter, XRP und so weiter, aufgelistet ist, war dieses Unternehmen gar nicht aufgelistet. Das heißt, wir haben hier jetzt ein Unternehmen, was relativ neu ist. Bevor ich aber anfange, bitte die Videos teilen, gibt man auch den Leuten die Chance, die sich jetzt mit Kryptowährungen nicht so gut auskennen, sich quasi damit zu beschäftigen. Bitte die Videos teilen, die Infos weitergeben, dass auch Leute, die, sag ich mal, damit nicht in Berührung gekommen sind, auch eine Chance haben, die da mal reinzuschauen. Also wie schon gesagt, das ist ein neues Unternehmen, quasi, also neues gelistetes Unternehmen, also .US in US-Dollar betrachtet und wir werden heute mal schauen, in welche Richtung es gehen könnte. Das ist ein Chart, das ist vom September, das heißt kaum ein Monat alt. Trotzdem würde ich mir das gerne anschauen wollen. Wir haben ja auch noch durch Erfahrungswerte durch Bitcoin und XRP, wie sich der Kurs da entwickelt hat. Ja, wir haben hier jetzt relativ einen kleinen Ausschnitt von .US in Dollar und hier zu schauen und zu gucken, in welche Richtung es gehen könnte, ist natürlich bei diesem kurzen Abschnitt relativ schwierig. Aber bei solchen Sachen ist es so, dass wir auch Bitcoin und XRP und IOTA in Betracht ziehen und zu gucken, wie ist der Verlauf eigentlich damals bei den anderen Aktien oder quasi der Kryptowährung gelaufen. Wenn man das jetzt so schaut, was sich jetzt in dieser kürzen Zeit abgespielt hat, sehen wir natürlich hier einen sehr positiven Verlauf. Das heißt, andere zum Beispiel Kryptowährungen haben sich in dieser Zeit quasi, hatten sie, sind halt um das Dreifache oder Vierfache korrigiert. Man sieht hier, der Kurs hat sich von 6 auf 4 korrigiert. Das heißt, das ist nicht mal die Hälfte. Von daher sehe ich das relativ positiv. Der Kurs hat sich gegen den Trend sehr stark entwickelt. Und wir sehen hier durch diesen Abfall, dass der Kurs sich hier eingeschwungen hat. Das heißt, hier findet eine Stabilisierung statt und die Frage ist, wie sich das dann hier weiterentwickeln könnte. Wir sehen hier einen Abwärtstrend. Und man sieht schon, der Abwärtstrend muss ich hier durchbrochen. Und die Frage ist hier eigentlich, wie sich das dann hier weiterentwickeln könnte. Und das sind immer wieder oder immer kleinere Schritte hier, die hier passieren. Ich denke, dass wir hier eine kleine Wellung nach unten haben könnten. Das heißt, wir sehen hier einmal, zweimal, dreimal, viermal. Das heißt, wir haben hier eine relativ starke Unterstützungslinie bei 3,80. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr beruflich für dort, weil wir hier eine sehr stabile Bodenbildung haben. Das heißt, man kann es hier abziehen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Also fünf Nägel in ein Brett rein zu machen, das sollte halten. Aber abgesehen von sowas, rein charttechnisch sieht es sehr gut aus. Wir haben hier eine dreifache Bodenbildung und das ist relativ bullish. Und dementsprechend können wir, sag ich mal, am Anfang des Jahres höhere Kurse sehen. Es kann ja auch hier sein, dass der Kurs vor Jahresende nochmal eine Steigung erleidet, weil das Ding ist, dass es dann durchaus vorkommt, dass zum Jahreswechsel auch von der FED neue Impulse kommen, wie das Gelddrucken oder je nachdem. Und dementsprechend rechne ich, dass der Kurs relativ in Richtung 8 Dollar steigen könnte. Das heißt, dass wir so einen Schwung haben, hier Schulterkopf-Schulterformation bilden und hier nach oben steigen könnten. Davor erwarte ich es relativ wenig, dass es hier nach oben steigt. Es könnte sein, dass der Kurs schon im Vorfeld einer Aktion, zum Beispiel, dass die FED sagt, okay, nach dem USA-Wahl, dass ein Stimulusprogramm kommt, wo man sagt, okay, im Februar werden jetzt so und so viele Milliarden gedruckt. Dementsprechend könnte es sein, dass die Kurse schon relativ früh darauf reagieren und steigen. Oder die Kurse entwickeln sich hier quasi im Gerad Gegenteil, dass wir hier eventuell eine Absacke nach unten bekommen, wo es Richtung, sag ich mal, Tief geht. Ich habe jetzt hier 1,90 stehen, der Tiefkurs ist hier ungefähr bei 2,60. Ja, dass wir so eine Formation hier eigentlich bekommen und der Kurs sich quasi von unten sich dann nach oben rappelt. Ja, dass wir halt relativ hier zum Jahresanfang so eine Steigung haben könnten. Also beide Szenarien sind möglich, ja, dass wir hier relativ bullisch nach oben gehen oder dass man die Möglichkeit haben, hier unten nach oben zu gehen. Fakt ist, so oder so werden die Kurse wahrscheinlich hochgehen, weil einfach hier die Technologien auf einer breiten Basis vorangeschritten sind. Also vorangeschritten sind und voranschreiten werden. Und wir haben hier relativ auch eine bullische Formation. Wenn man so schaut, wenn ich da richtig rein zoome, man sieht auch hier der Kurs, der wird immer bei 3,80 und 3,90 aufgehoben. Also quasi aufgefangen, nur einmal hier nach unten gesackt. Und man sollte wirklich froh sein, wenn man schon Kurse hier Richtung 4,40, 3,90 irgendwie erwischen kann. Weil, wie schon gesagt, hier wird es halt in den Boden genagelt. Und irgendwann, man sieht es auch hier, der Kurs sagt auch nicht mehr ab. Das heißt, irgendwann wird er hier 2, 3 Versuche machen und dann wird der Kurs nach oben drehen. Spannend hier zu sehen, dass eventuell hier diese Bereiche, Unterstützungslinien oder quasi Widerstandslinien wieder erreicht werden können. Das heißt, von 4,40 auf 5,60. Da werden wir es wahrscheinlich relativ schnell sehen. Und dass wir eventuell wirklich solche Kurse Richtung Weihnachten, also hier, ich habe jetzt bis November, Weihnachten ist ungefähr hier, dass wir in Richtung Dezember diese Kurse sehen können. Dass so eine Formation nach oben gebildet wird, ja. Hier nochmal einen kleinen Rücksetzer Richtung Dezember. Und dass der Kurs dann eventuell nach oben explodiert. Bei diesem Unternehmen ist es ein Vorteil, weil dieser verbindet auf jeden Fall diese 2 Welten zwischen dem herkömmlichen zentralen Netzwerk und dem dezentralen Netzwerk. Dementsprechend ist es relativ interessant, ja. Und was mich so ein bisschen beeindruckt, vor zwei Monaten war es gar nicht gelistet, ja. Das heißt, durch die Marktkapitalisierung, was natürlich bei jedem Kursanstieg ja auch noch mitzieht, sieht man natürlich, dass es auch ein Schwergewicht werden könnte, ja. Das heißt, dass wir relativ von 4 Dollar Richtung 18 Dollar gehen. Es kann auch sein, dass es auch, dass das hier auch Bitcoin von der Marktkapitalisierungseite auch überholen könnte, ja. Also wenn es nur unter den 6 ist, ja. Und das beim Kurs bei 4, braucht man sich 1 und 1 zusammenzählen. Was würde dann passieren, wenn der Kurs jetzt auf 20 Dollar steigen würde? Hier. Was für eine Marktkapitalisierung wir dann haben werden, ja. Da kann es sein, dass Bitcoin auch überholt wird. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst und weiter fleißig die Videos teilen, sodass der Kanal wachsen kann. Vielen Dank. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Ciao.